so ok ok und willkommen zu level ja keine ahnung level 5 kann ich unbedingt nennen weiß gar nicht ob die levels hier überhaupt richtig nah am harm voriges level haben wir erfolgreich ja das hier nicht geschafft von daher werde ich das jetzt versuchen nicht zu machen das ist... ne... ok ok schau da kommt man nicht drauf Nein, 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 nein. Schick an Kran. Ah, okay. Oh, hier geht es doch noch was. Danke. Was war das jetzt gerade? Ach so. Gut. Secrets gab es keine. Gut, hier geht es also erstmal so weit nichts. Ich muss also erstmal... Hä, nee, hier geht es ja nix so weiter. Gut. Dann stellt sich dann die Frage, wo es hier hingeht. Ah, hier geht es doch noch weiter. Äh. Hä? Ah. Oha. Ah, ja, ja. Äh. Ah, gut. Da kommt das jetzt ins Spiel. Und... Ach, tut, tut. Geht doch. Ah, ich versuche mal, das hier mitzumachen. Nach unten schießen kann ich aber nicht, ne? Also super. Sollte ihn ja jetzt alle liegen. Ne. Ah, aber klar, der trifft mich, aber ich nicht, ich ihn nicht. Gut, bleiben wir doch bei der hier. Ich muss jetzt auch etwas aktiviert. Oh! Was? Was? Äh... Nicey, baby. Na komm. Die spinnen sich irgendwie süß aus. Oh, fuck. Oh! Nein! Ach man! Und wieder Heter. Ah, ist das Bullshit. Ah, ist das Bullshit. Ah, ist das Bullshit. Ah, ist das Bullshit. Wow. Ist da oben in die Wand eingepackt. Oh ja. Ah, ist das Bullshit. Ah, nein. Ah, das war. So, wie kommen wir jetzt hier rum? Äh, nein. Ah! Armon Mox increased! Mehr Rüstung! So, muss ich bloß noch wieder raus? Ok, das hätten wir. Das hätten wir auch. Ne, ich muss da unten. Perfekt. So, jetzt ging es hier unten weiter. Hmm, na gut. äh, ich will nach unten schießen ach man jetzt ist das nervig gut, das geht nicht oder haben wir gerade noch 6 Stück gut so, jetzt können wir also erst mal den Ofen nicht weiter dann stellt sich allerdings die Frage hier kriegst du ja auch nicht weiter, oder? nö ne, das brauchen wir nicht können wir die wegschieben oder so? ach, man kann die Digga doch feststellen ok, ah gut nicey dicey oha oha hää wow, der hat den Zustand hier gar nicht gespeichert das ist ja letztlich gut, so jetzt kommt die das war gut perfekt perfekt ba-dam, ba-dam oha, was denn hier los? ähm, gut yeahy ach du kacke b k Co k k k k Oha Nein Fuck Geht doch Geht doch noch weiter nach oben, oder? Ich bin gleich tot Habe ich kein... Ah, da hatte ich schon gesagt, dass ich gleich tot bin Auch hier bin ich wieder? Ich möchte nicht, dass nicht alles weg ist Wo bin ich jetzt hier gelandet? Hä, weil die Waffe habe ich jetzt so noch? Okay Oh Gott, nee Naja, hat er alles nicht gespeichert Ah, super Alter, jetzt machen wir hier Ach, komm Warte mal hier Äh, nein Äh, nein Alte Taste Äh, das da Ach, komm jetzt Es ist doch Gut jetzt Nein, daft da Nein, daft da Ach, da ist der Ach, da ist der Bullshit hier Ah, da ist der Bullshit hier Meine Fresse. Na komm, mach hin. Oh Gott, Alter, ich kriege gleich eine Macke. Na los. Oh, Alter, ich mach doch mal hier eine. Oh Mann, ernsthaft. Und kriege ich immer mehr Schaden als Nutzen. Na, Mann, Alter. Da kommen wir abends her. Ja, doch. Oh. Äh, wie jetzt? Hä, war doch richtig. Geht doch. Wow, hat es sich also nicht mal gelohnt, hierher zu kommen. Nein, warte mal. Ich warte mal hier. Ah. Ah. Babel, Babel. oph- . Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, dass ich nicht richtig lege. Ja. Wäre mir lief, wenn hier ein paar Bisschen Half-Pack rumliegen würden, sowas zum Beispiel. Äh, nein? Warte, netze. Oh Mann, geht doch. Hoffentlich nicht viel aus dem Secret Area, was keiner braucht. Oh Mann, geht doch. 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 So, geht doch. So. So, und, 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 und. Und, und, und. So, und, 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 und. So, cube. Secondary. Secondary. Okay, wie kann die Rüstattung? Weapon... Hä? Ich weiß, ich kann Secondary. Woll ich das verstehen? Ich aktiviere das Ding? Granate? Okay! Wo habe ich denn Granate? Da! Aha! Nice! Und wie stark ist das Ding jetzt? Fuck! Missed! Missed! Wir sehen uns mal lieber wieder auf die hier. Wow! Die schild gar nicht. Woah! Wow! Warte, komm doch! Warte, komm doch! Ah! Warte! Der ist dick ist schon mal weg. Da ist ja noch einer. Gut, den hätten wir auch. Wow! Unsere Vitalwerte sehen nicht gerade so gut aus. Wir machen das. Wir machen das auch so gut. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht. so komm ich hier hoch ah bullshit ach gott alter kann man sagen wie ich jetzt hier erledigen soll ach komm wir sind sowieso tot so wir haben noch einen lebenspunkt keine ahnung wie wir das schaffen sollen war mit dem tot sag ich doch ach mann ernsthaft jetzt so jetzt haben wir hier eine roten schüssel da kann man hier direkt rein jetzt ist hier wieder so eine ja es ist wieder so ein ex exer ding alter wie viele rote sind denn hier ich glaube wir haben die falsche waffe ausgewählt schieß doch mal also nehmen wir nochmal hier nein doch nicht doch mann doch nicht den spektrum du schwanz gesteuerte schwanzgeburt ach schieß doch mal wow ach komm ist doch immer normal hier alter wie sind wir gleich tot ach leute man ey wir waren so gut ach schieß doch mal ach so keiner munizu mehr nein ach wow ernsthaft jetzt ach man ey das gibt es doch gar nicht halt alter ja komm dir geh doch hoch nein ich drück immer die falsche taste zuerst ach die dinge haben noch die verfolgung aber doch klar warum sucht er sich immer das kleine Viech aus wieder sowieso gleich tot ach man alter wir sind zurück wir sind schon wieder tot ich verstehe das nicht was müssen wir da jetzt hier machen naja komm oh man mach mal ich liebe das ich nehme an Klappt! Jawoll! Ich glaube, ich habe kein Klopjahr geschafft. Wir sind ja viel Spectre. Ah! Alter, wir haben es tatsächlich geschafft, ich glaube es nicht. Und wir hätten im nächsten Bereich, wenn wir jetzt sterben und dürfen wir alles normal von vorne machen. Das wäre kräftig. Ah, nee! Exit! Alter! Okay, Leute. Ich glaube... Exit! Ich glaube, das war's. Also... Zum Wissen für heute natürlich erstmal nur. Klar, wir werden natürlich später spielen irgendwann. Aber... Zuerst... Erstmal war's das. Das war jetzt schon wieder mein Doom genug. Gott, ist das Spiel von der Störung her beschissen, ey! Ach... Vor allem... Ich würde... Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Schau auf mit V. Ich sage das Schmerzen. Vielen Dank.